Und dann haben wir auch heute noch ein Jubiläum, und zwar ein eisiges. Ich weiß, viele warten jetzt schon mit Ungeduld auf den Frühling, aber wenn wir mal nur 150 Jahre zurückblicken, da waren die Menschen noch froh über kalte Winter, denn da gab es Natureis in Hülle und Fülle und das war nötig, um Lebensmittel zu kühlen. Bis vor 150 Jahren, übrigens bei uns in Bayern, die Kältetechnik erfunden wurde. Mit gravierenden Folgen, ganz speziell auch fürs Bayerische Bier.